Hallo, Raffi und Schalalalalalalala Auf geht's München Schalalalalalalala Zudem hat die Wasserbeier Auf geht's München Schalalalalalalalalala Und wir wissen ganz genau Unser Herz Herz und Herz und Herz und Kiel Und wir wissen ganz genau Und wir wissen ganz genau Unser Herz und Herz und Schall Weiß und blau Alles klar, ich bin hier die HC, wir sind hier ein Und wir sind hier am eigenen Teil, wir sind hier ein In das andere, in der EHC, wir waren eben auf dem ich stehe Und wir wissen ganz genau An etwas anderer Stelle in der Münchner Olympia Halle Recht, recht herzlich willkommen heißen im Barmeler Seeharz in München, heute bayerischer DEN-Rekord. 11.000 Zuschauer, so viel hatte keine bayerische DEN-Mannschaft vor diesem Spiel München gegen Augsburg. Meine Damen und Herren, auf der Tabelle, wenn wir da drauf schauen, da ist es der 8. gegen den 10. Und wenn ein Trandent des DEN-Rekord aus den letzten 5 Spielen 4 Siege geholt hat, dann sind wir natürlich alle einer Meinung, dass diese kleine Serie fortgesetzt werden soll. Es ist das letzte Spiel 2011, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie heute unter den Fans sind hier in der Olympiahalle. Ich darf Sie auf der Haupttribüne recht, recht herzlich begrüßen. Herzlich willkommen hier in der Münchahalle. Freut mich immer, alle Fans der Seeharz-München den Platz genommen haben auf der Gegengerade. Und jetzt hören Sie mal, meine Damen und Herren, hier drüben. Da schlägt das Herz für die Kirche. Schön, dass Sie heute hier in der Kirche sind. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie in der Kirche. 12.000 Zuschauer, meine Damen und Herren. Es ist ein großer Abend für das Eishockey, ein großer Abend für den Eishockey-Sport. Und wenn Sie heute zum Glück hier treten, können Sie hier mit der Landesamt starten. Das ist der Größte gegen der Vereinsgeschichte. Die begrüßte Exerz-München, alle mitgeleisten für den Auspult. Die größte Wahlzeit, die wir heute sind. Und wir werden bis zum vollsten Blick auf die Mannschaftsaufstärkung des Lückerste. Das ist der Größte gegen die Mannschaftsaufstärkung des Lückerste. Das ist der Größte gegen die Mannschaftsaufstärkung des Lückerste. Das ist der Größte gegen die Mannschaftsaufstärkung des Lückerste. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Rock'n'Roll Rock'n'Roll Meine Damen und Herren, Jubiläer Hintscher präsentiert Ihnen die Mannschaftsausstellung des Gastgebers. Der EHC München spielt heute Abend mit der 25. Sebastian mit der Nummer 32. Giaschen Der EHC München mit der 4. Johann Wir spielen mit der 21 hier in Zwöln. Der EHC München hier kommt unser Kapitän hier Stefan. Wir spielen mit der 28. Meine Damen und Herren, Jens Mit der Nummer 43 kommt Nationalspieler Willi Der EHC München mit der 25 von 4. Stey Mit der Nummer 2. Meine Damen und Herren, Jens Wir spielen mit der Nummer 5. Größte Alpe Der EHC München. Hier ist die 16. Hier ist Martin Mit der Nummer 17 kommt Joshi Der EHC München mit der 19. Brandon Mit der Nummer 24. Hier ist David Wir spielen gegen Auschwitz mit der 27. Mai Der EHC München mit der 39. Jason Mit der Nummer 49. Hier ist Klaus Mit der Nummer 150 kommt Janik Schneider Der EHC München mit der 77. Meine Damen und Herren, Jens Aura Und mit der 88. Hier ist Martin Schimmelsky Die Co-Trainer des EHC München natürlich Maurizio Mal Und Pappy Ein Und das ganze Und der Lärmischi an der Bande von Pets Martina Und wir haben unsere Gäste aus Oxford Günther St. либо Klaus St. Billie St. 仁 S. Seht was der Wieser und heilige Land, heht was die München mit Haarschleckung. München! 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 München!